Ja, servus und hallo zu einem neuen Video heute am Montag, den 24.04.2023 und heute geht es um das Thema Mieten werden demnächst weiter drastisch steigen. Ja, während ja heute Abend noch ein Video kommt zum Thema Immobilienblase, wie da die aktuellen Entwicklungen sind, ist es doch durchaus so, dass man sagen kann, in den nächsten Wochen und Monaten bzw. natürlich zum nächsten Abrechnungsjahr werden wahrscheinlich die ein oder anderen Mieten steigen. Und dazu möchte ich ganz klar sagen, der Vermieter ist nicht zwangsläufig schuld an dieser Thematik, denn an der Stelle ist es natürlich auch so, dass hier oftmals, ja sag ich mal, Gesetze auch mittlerweile die Miete ein bisschen vorgeben. Wie das Ganze zustande kommt, das erfährst du jetzt in diesem Video. Also gehen wir mal nochmal ganz klar auf den grundsätzlichen betriebswirtschaftlichen Gedanken ein. Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, du hast ein Vermietungsobjekt, dann willst du am Ende natürlich dadurch zumindest, ja, nicht schlechter dastehen als vorher. Jetzt ist es so, dass du in dem Zusammenhang also langfristig hier deine Erträge ganz einfach erwirtschaften musst. Das sind Strom, Gas, Wasser, Versicherung, Baukosten, Grundsteuer, die ja enorm steigen wird und dann weitere Punkte wie Absicherung, Mietausfall, Baukosten musst du dir, wenn du die Immobilie gekauft hast, das Ganze erstmal auch finanzieren, also Zins und Tilgung im Großen und Ganzen, ja, hier beachten. Jetzt ist es so, in dem Zusammenhang gibt es auch die ein oder anderen Dinge, wo man ganz klar sagen kann, darauf hat der Vermieter keinen Einfluss. Ein Thema, was in der Vergangenheit oftmals ja hier schon heißes Eisen war, war an der Stelle das Stichwort Liebhaberei. Denn hier hat der Gesetzgeber schon immer vorgegeben, dass in dem Zusammenhang eine mindestens 66%ige Vermietung zur ortsüblichen, ganz einfach Miethöhe vorliegen muss. Das heißt beispielsweise, wenn du an der Stelle, sag ich mal, eine Immobilie hast, wo zum Gebiet unterwegs bist, wo zum Beispiel die ortsübliche Miete, sag ich mal, 1000 Euro betragen würde, dann dürftest du hier, oder dürftest unter der alten Regelung, maximal 666 Euro im Großen und Ganzen, 66%, dann darunter gehen. Das heißt, wenn du darunter bist, dann hast du natürlich ein Problem. Und zwar, wenn du unter diese 666,66 Euro gehst, dann wird dir anteilig hier der Werbungskostenabzug gestrichen. Bedeutet, selbst wenn du, wie es zum Beispiel auch bei meinen, manchen Mandanten, älteren Mandanten der Fall ist, oder wo es ja auch die ein oder anderen sehr umfangreichen Reportagen gab, zum Beispiel über Münchner Vermieter, die in dem Zusammenhang günstig an Personen vermieten wollten, die sind dann plötzlich da gestanden und haben gesagt, okay, entweder ich vermiete jetzt ortsüblich und muss eventuell meine Mieter hier entmieten, weil die einfach sich die Miete nicht leisten können, oder ich vermiete hier unterhalb der 66%-Grenze und dann wird mir ein Teil meiner Kosten nicht anerkannt. Und an der Stelle ist es also so, dass es hier mal zwei Seiten gibt. Das Ganze wurde natürlich jetzt ein bisschen entspannt. Hier bei der Prüfung der Totalgewinnprognose wurde jetzt bloß auf die 50% abgestellt, aber grundsätzlich ist es hier schon so, dass man ganz klar sagen kann, in dem Zusammenhang macht der Gesetzgeber die Mieten. Und das große Problem ist aber, wenn die Nachbarn laufend die Miete erhöhen und dann die ortsübliche Miete steigt, dann ist irgendwann sogar der Vermieter hier gezwungen, ganz einfach die Miete anzupassen, obwohl er es vielleicht gar nicht will. Weil es gibt ja auch Vermieter, die teilweise 5 oder 10 Jahre lang die Miete nicht erhöhen und dann immer sagen, okay, vielleicht gehen wir mal wieder 1, 2 Euro pro Quadratmeter rauf. Aber in dem Zusammenhang, wenn alle anderen ortsüblichen Mieten steigen, ist an der Stelle hier, ja sag ich mal, auch der Vermieter, der es vielleicht gut meint, dann in dem Problem, dass er die Miete anheben muss. Zusätzlich kommt noch ein weiteres Thema dazu, was ja jetzt erst heiß diskutiert wird, und zwar die Heizungsthematik. Denn an der Heizungsthematik wird sich durchaus nicht nur das Ganze entscheiden, dass man sagt, okay, verkaufe ich vielleicht doch jetzt lieber ein Objekt oder gehe ich doch wieder in eine andere Situation, Mietsituation. Denn an der Stelle kommt auch noch dazu, diese Kosten muss der Mieter bzw. der Vermieter erst einmal wieder erwirtschaften. Und aktuell kostet so eine Heizung, sag ich mal, schon so 20.000 bis 30.000 Euro. Ich schätze, dass wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten die Preise so auf ca. 40.000 bis 45.000 Euro steigen werden. Aufgrund der natürlich aktuellen Heizkostenthematik, dass hier einfach die Zwangstauschheizung, also der Zwangstausch der Heizungen durchgeführt wird. Was man natürlich hier durchaus ja irgendwann machen muss. Und vor allem bei neuen Heizungen, die eingebaut werden am nächsten Jahr, hier dann auch schon wieder das Ganze erstmal ja ganz einfach finanziert werden muss. Von daher an der Stelle ist es auch durchaus immer ein bisschen falsch, hier nur auf den Vermieter zu schimpfen. Denn der Vermieter, der muss sich natürlich auch an die Gesetze halten, die ihm ganz einfach vorgegeben werden. Und das sind aktuell zum Beispiel hier die Mindestmiete, die er von dir verlangen muss. Plus zusätzlich auf der anderen Seite der Wechsel der Heizung, wenn du noch natürlich mit Gas oder Öl am Ende heizst. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagnachmittag.